Rene ist ein erster Flug mit Virtual Reality. Ist das richtig? Ja, und das ist ganz ohne PC. Ah, stopp, stopp, stopp. Nein, ist noch weit weg. Ist noch weit weg trotzdem. Weg von da. Blick einmal. Kannst du uns rumfliegen? Nein, wenn du so schaust, dann ist es genug Luft. Aber da sind die Strommast-Dinger, die siehst du nicht so gut drinnen. Ja, wegen Störungen von der Hochspannung. Was tut wenn wir Pip-Pip machen? Woherst du das? Pip. Das Pip-Pip immer. Macht das selber alles? Ja. Ich mach gar keine Fotos. Ich hab nicht einmal den Aufnahmedruck. Aha. Macht das selber selbst. Machst du los? Ah. Aufnahme gestartet. Ich hab nicht mit den Bergstuflangen. Ja, das ist das. Ich hab nicht mit den Englangen. Ich hab nicht mit den Bergstuflangen. Vielen Dank.